Eines Tages sagte ich zu meiner Mutter, dass es wirklich nur eine Frage von wenigen Tagen ist. Ich wollte mit meinen Freunden weggehen und dann zurückkommen. Sie wissen, dass dies unser letztes Jahr am College ist, und ich möchte so viel Zeit wie möglich mit meinen Freunden verbringen. Ich versuchte wirklich, Mutter zu überzeugen, indem ich ihr erklärte, dass wir auf einen Studienausflug gehen würden. Aber Mutter begann zu sagen, dass sie ohne mich allein sein würde, dass sie sich nicht wohlfühlen würde, und dass sie keine Lust dazu hätte. Nach viel Überzeugungsarbeit gelang es mir schließlich, Mama zu überreden. Als ich dann meinen Freundinnen Anna und Emma erzählte, dass ich ebenfalls mit ihnen ein Picknick planen würde, waren sie überaus glücklich. Wir verbrachten dort zusammen eine wirklich unvergessliche und schöne Zeit. Eines Tages fing Emma an, mich zu fragen, Soneta, wer dieser Junge ist, der dich immer wieder ansieht. Nachdem ich ihm zugehört hatte, blickte ich dorthin, wo der Junge stand. Emma und Anna fingen an, mich zu ärgern. Ist das jemand, den sie kennen? Ist es wegen dir hierher gekommen? Ich wurde wütend wegen seiner Worte und der Junge starrte mich ständig an. Mir ist auch aufgefallen, dass dieser Junge die letzten Tage hier geblieben ist. Sie wissen nicht, wer es war? Woher kam es? Aber wo auch immer wir drei waren, er gelangte immer dort, die ich dachte, er käme vielleicht wegen Anna oder Emma, aber eines Tages wurde mein Missverständnis geklärt, als er versuchte, mit mir zu sprechen. Ich finde Jungen, die einen Vorwand suchen, um mit Mädchen zu reden, nicht gut. Ich sagte ihm, dass ich nicht die Art Mädchen bin, die mit Jungen redet oder sich mit ihnen anfreundet, und dass er sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern soll. Dann fingen auch Emma und Anna an, mich zu necken, dieser Junge interessiert sich für dich, es scheint, als wäre er verrückt nach dir. Als ich an dem Tag allein war, standen Anna und Emma in einiger Entfernung von mir, und ich habe mit Mama telefoniert. Sobald ich das Telefon ausschaltete, kam der Junge auf mich zu und begann, seine Liebe auszudrücken. Er sagte, dass ich kein böser Junge sei. Ich verbringe keine Zeit mit dir. Ich möchte meine Mutter und meinen Vater zu dir nach Hause schicken, ich möchte dich heiraten, gibst du mir deine Adresse? Ich war überrascht von den Worten dieses Jungen, ich konnte nicht verstehen, dass er mich nur für ein paar Tage sah. Er war es, er sprach sogar davon, mich heiraten zu wollen, aber ich weigerte mich, weil ich einem Fremden meine Adresse nicht mitteilen konnte. Doch er begann immer wieder, mir zu folgen. Eines Tages sah ich ihn mit Anna sprechen, als ich Ruper fragte, was er gesagt hatte, lachte sie und wich der Frage aus. Doch ich wurde misstrauisch, weil beide lachten und miteinander redeten, und als ich näher kam, verstummten sie plötzlich. Als ich dann zu Hause ankam, erhielt ich Anrufe auf meiner Nummer. Sobald ich den Hörer abnahm, hörte ich die Stimme eines Jungen. Redest du über das Schlafen? Die Stimme kam mir irgendwie bekannt vor. Ich hatte das Gefühl, diese Stimme schon einmal irgendwo gehört zu haben. Doch er meinte, er könne sich nicht daran erinnern. Also fragte ich, wer bist du? Als er sich schließlich vorstellte, begannen meine Gedanken vor Wut zu rasen. Wer bist du? Warum belästigst du mich immer wieder aufs Neue? Was hast du davon? Er begann zu sprechen und sagte, ich verliebe mich in dich. Seit ich dich das erste Mal gesehen habe, scheint alles andere unwichtig zu sein. Nichts außer dir erscheint mir gut. Ich werde bald meine Mutter und meinen Vater zu dir nach Hause schicken, um dich kennenzulernen. Ohne dich fühle ich mich in meinem Kopf verloren und orientierungslos. Nachdem ich ihm zugehört hatte, legte ich wütend auf. Er hatte nicht die Manieren, um mit einem höflichen Mädchen zu sprechen. Als jemand das erste Mal so sprach, ignorierte ich ihn. Jedes Mal, wenn er anrief, legte ich auf und reagierte nicht auf seine Nachrichten. Als er ein oder zweimal vor Mama anrief, war sie auch überrascht und begann, mich zu fragen. Wer ist am Telefon? Und warum sprichst du nicht mit ihm? Was soll ich Mutter sagen, wer ist das? Und warum rede ich nicht mit ihm? Ich ging Mutter mit Mühe aus dem Weg, indem ich eine Ausrede erfand. Einige Tage lang ließ ich meine Erschöpfung nach der Rückkehr freien Lauf. Danach kehrte sie in ihren Alltag zurück. An einem dieser Tage brachte Mutter mir Milch. Ich sagte, Mutter, bitte, jetzt, da ich erwachsen bin, gib mir nicht täglich ein Glas Milch wie einem Kind, ich finde den Geschmack merkwürdig, Mutter entgegnete, hey, es ist gesund für dich, du lernst viel und nutzt dein Gehirn häufig, wenn sie sich nicht um sich selbst kümmern, können sie weder studieren noch einer anderen Arbeit nachgehen. Denn alle Arbeiten werden nur bei guter Gesundheit abgeschlossen. Wie immer schlief ich auch an diesem Tag ein, nachdem ich Milch getrunken hatte. Oft habe ich mich gefragt, was der Zauber dieser Milch ist, dass ich nach dem Trinken einschlafe und morgens mit einem schweren Kopf aufwache. Als ich Mutter fragte, lachte sie nur, vermied eine Antwort und sagte, dass sie es mit ihren eigenen Händen für mich machen würde. Ich habe einige sehr wirksame Medikamente hineingegeben, die ihnen wirklich helfen werden, gut zu schlafen, und zusätzlich wird auch ihre Gesundheit davon profitieren. So verlief mein Leben. Eines Tages kam dieser Mann zu meinem College. Er stand jeden Tag vor dem College. Schließlich musste ich eines Tages mit ihr sprechen, weil es allen Mädchen aufgefallen war und ich dadurch zum Spektakel für alle wurde. Eines Tages sagte ich ihr, ich bin bereit, mit dir zu reden, zu sagen, was immer du willst, ich muss früh nach Hause gehen. Er freute sich über die einfache Sache, dass ich bereit war, ihm zuzuhören, er ging mit mir in ein Restaurant, er erzählte von sich, mein Name ist John, ich bin ein Geschäftsmann, ich habe dort viele Dinge in meinem Leben. Es gibt viele Verpflichtungen, viele Aufgaben, aber ich lasse all diese Aufgaben hinter mir und stehe vor deiner Hochschule, nur um einen Blick auf dich zu werfen. Ich weiß warum. Ich sah ihn mit fragenden Augen an, dann sagte er, ich habe angefangen, dich zu lieben, ich kann mir nicht einmal vorstellen, mein Leben ohne dich zu leben, deshalb bin ich trotz deiner Wut und deines Kreuz immer noch hinter dir hier. Als er mir seine Bürokarte vorzeigte und von seinem Vater erzählte, war ich sehr überrascht, denn sein Vater war ein sehr bekannter Geschäftsmann, dessen Namen ich schon gehört hatte. Nachdem ich alle seine Worte genau angehört hatte, fragte ich ihn, was möchtest du dann von mir? Es gibt doch viele Mädchen auf der Welt, die besser sind als ich. Warum liebst du dann nur mich? Ich wusste, dass die reichen Jungs von heute oft mit Mädchen führten, sie dann verlassen und das Ganze als bloßen Zeitvertreib betrachten. Diese Menschen betrügen aus Liebe. Deshalb hielt ich mich fern, aber ich sah die Wahrheit in seinen Augen. Als ich ihn fragte, lachte er. Liebe kann man nicht kontrollieren. Es ist nicht so, dass ich bis heute kein Mädchen gesehen hätte. Es gab viele Mädchen an meiner Universität, in meinem College und sogar in meiner Familie und meinem Freundeskreis, aber ich interessierte mich für niemanden. Doch als ich dich sah, blieb mir der Atem stehen. An jenem Tag war ich wegen eines Geschäftstreffens dort und seitdem komme ich immer wieder zum College, um dich zu sehen. Er sprach weiter und ich hörte ihm zu. Sein Sprechstil und seine Persönlichkeit waren sehr anziehend. Er sagte mir außerdem, dass du die Person bist, die meine Liebe nicht respektiert und diese nicht wertschätzt, was mich wirklich verletzt. Deine Haltung zeigt mir, dass du meine Gefühle nicht ernst nimmst. Jetzt lächelte ich zum allerersten Mal über seine Worte. Dann begann er zu erzählen, dass meine Mutter und mein Vater momentan nicht in Indien seien. Sobald er nach Hause kommt, würde er ihn zu ihnen schicken. Ich wusste, dass seine Eltern für eine Geschäftsreise in ein anderes Land gereist waren, weil ich das in den Nachrichten gesehen hatte. Daher begann ich, seinen Worten zu glauben. Und dann, ich weiß nicht genau wie, verliebte ich mich unsterblich in ihn. Ich habe Mutter bisher noch nichts von John erzählt und ich weiß nicht genau, warum. Ich war schüchtern, vielleicht sogar verängstigt, als ich es ihnen erzählte. Mutter erwähnte oft, dass sie mich in der Zukunft noch viel weiter sehen wollte. Sie wollte, dass ich Erfolg hatte und dass ich so bald heiraten würde, war für sie keine Frage. Mutter wollte, dass ich ein Geschäft aufbaue, aber um Geschäfte zu machen, braucht man Geld und wir hatten davon keins auf dieser Welt. Vater war vor vielen Jahren verstorben und Mutter betrieb ihre kleine Boutique, die unsere Kosten gerade so deckte. Mutter hat mir jeden Wunsch erfüllt. Was auch immer ich ihr sagte, sie würde es sofort zu Ende bringen. Ich sah nur Mutter, nachdem Mutter gegangen war. Ich konnte mich nicht einmal richtig an Vater erinnern. Dann brachte mir an diesem Tag auch Mama ein Glas Milch. Deshalb flüsterte ich an diesem Tag heimlich zu meiner Mutter, Mama, bitte hör auf, diese Milch zu bringen. Ich wurde wirklich sehr wütend, doch Mutter lachte über meine Worte und begann zu sagen, solange du mein Baby bist, kann ich einfach nicht aufhören, das für dich zu besorgen. Nachdem ich Mutter zugehört hatte, begann ich, eindringlich zu lächeln. Jetzt begann ich, täglich mit meiner Geliebten zu sprechen. Allmählich fühlte ich, dass ich mich unsterblich in ihn verliebte. Ich begann, ihn mehr zu lieben, als er mich liebte. Und das alles geschah in nur wenigen Tagen. Doch ich war nicht das Mädchen, das sich von Persönlichkeit oder Reichtum beeindrucken ließ. Diese Dinge waren für mich nicht wirklich von Bedeutung, aber ich kann nicht genau sagen, was es war, was John so besonders machte, dass ich mich immer wieder zu ihm hingezogen fühlte. Vielleicht war es seine aufrichtige Ehrlichkeit oder die große Liebe, die er für mich empfand, die mich zu ihm hinzog. Jetzt begann ich ungeduldig auf seinen Anruf oder seine Nachricht zu warten. Und wenn er nicht anrief, dann war ich es, die ihn anrief. Manchmal trank ich nachts ein Glas Milch und schlief ein, und wenn ich dann am Morgen aufwachte, sah ich viele verpasste Anrufe von ihm auf meinem Telefon. Er würde zu mir sagen, hast du keine Lust, nachts mit mir zu sprechen? In der Einsamkeit und der Trennungsstille der Nacht, wenn die ganze Welt schläft, ist es eine ganz besondere Art von Sucht, die Stimme des geliebten Menschen zu hören und mit ihm zu reden. Warum hast du diese Sucht noch nicht entwickelt? Er würde mich necken und du würdest lachen. Ich würde sagen, in den Augen meiner Mutter bin ich immer noch dasselbe Kind, das sie jeden Tag mit ihren Händen füttert und das dann einschläft. Danach schlafe ich ein und öffne meine Augen erst wieder am Morgen. Er lachte oft und sagte manchmal scherzhaft zu mir, sieh mal nach, ob Mutter vielleicht Schlaftabletten in die Milch mischt, damit deine Augen nicht offen bleiben. Manchmal lachte ich über seine Worte, manchmal fühlte ich mich schlecht. Jeden Tag sagte er, ich weiß nicht, wann Mutter und Vater kommen, aber er wird zu dir nach Hause kommen, mit deiner Mama sprechen und dann wirst du für immer bei mir sein. Dann wird niemand mehr unseren Strand betreten und wir werden nie getrennt sein, solche Dinge machten mich immer schüchtern. Ich sagte ihm, wer weiß, ob meine Mutter dich mögen wird? John wurde wütend über Marys Witz und fragte, warum, warum sollte deine Mutter mich ablehnen? Was ist los mit mir? Ich verdiene gut, sehe gut aus und was will deine Mama sonst noch? Und ich würde ihm neckend sagen, vielleicht hat er jemand anderen für mich gemocht und meine Ehe arrangiert. Als John mich hörte, schrie er mich an und sagte, wenn du auch nur daran denkst, jemand anderen zu heiraten oder auch nur an jemand anderen denkst, dann werde ich dich umbringen. Ich musste immer laut lachen, als ich seine Drohung hörte. Es fühlte sich an, als ob eine Kälte mein Herz ergriff, wenn ich dachte, dass da jemand ist, der mich liebt. Jeden Tag erzählte er mir Geschichten über seine Bäckerei und ich hörte gerne zu. Eines Tages sagte er, meine Eltern seien nach Indien gereist. Er hat sie sehr gemocht und wird nun bald zu ihnen nach Hause kommen, um ihren Antrag anzunehmen. Was er sagte, war eine Überraschung für mich. Jetzt fragte ich mich, wie soll ich mit Mutter reden? John sagte, du erzählst deiner Mutter von mir und meinen Eltern. Es kann passieren, dass deine Mutter seltsam reagiert, wenn sie dorthin gehen. Wenn sie es vorher wissen, wird ihre Reaktion normal sein. Sonst könnten sie wütend werden, weil wir wegen der Beziehung ihrer Tochter fragen. Bei seiner letzten Bemerkung musste ich lachen. An dem Tag, als ich auf dem College war, begann ich, ihn anzurufen. Heute sprichst du mit deiner Mutter. Heute kommen meine Eltern zu ihnen nach Hause. Jetzt sind sie überhaupt nicht bereit, auch nur für einen Tag damit aufzuhören. Er sagt, dass wir unsere Schwiegertochter bald zu uns nach Hause holen möchten. Ich war wirklich erfreut, das von John zu hören. Als ich nach Hause kam, konnte man an meinem Gesichtsausdruck erkennen, dass Mutter überrascht war, mich zu sehen. Was ist mit dir passiert? Warum wirst du so rot? Als ich meiner Mutter dann von John erzählte, veränderte sich ihre Gesichtsfarbe. Mutter wurde wütend auf mich und sagte, hast du so etwas Großes vor mir versteckt? Warum hast du es mir nicht gesagt? Wer ist dieser Junge? Was macht er? Dann erzählte ich ihr alles über John und dann sah sie verärgert aus und sagte, nein, du darfst diesen Jungen nicht ins Haus einladen. Halte seine Mutter und seinen Vater davon ab, zu kommen, mir war zum Weinen zumute, es fühlte sich an, als würden all meine Träume zerplatzen. Deshalb ging ich zu meiner Mutter und erzählte es ihr. Wie kannst du das nur sagen? Ihr habt ihn noch nicht einmal kennengelernt, kennt ihn gar nicht und lehnt ihn trotzdem ab. Dabei weiß ich genau, wie sehr ich ihn liebe. Bitte, Mutter, T.U. das nicht. Ohne ihn werde ich sterben. Doch Mutter hörte überhaupt nicht auf mich. Sie sagte wütend zu mir, T.U., was ich dir sage. Auch ich hörte aus lauter Wut auf zu essen und zu trinken und begann zu Mutter zu sagen, Mutter, wie kannst du das nur machen? Ich kann nicht ohne ihn leben, ich werde nur John heiraten. Dann sagte ich John, er solle seine Mutter zu seinem Vater schicken. Meine Mutter ist noch nicht bereit, aber ich werde sie überzeugen und mit ihr reden. John war ein wenig verärgert, nachdem er mir zugehört hatte. Er wollte nicht, dass seine Eltern von meiner Mutter beleidigt wurden, stimmte aber dennoch meiner Bitte zu. Ich war sehr traurig über das Verhalten meiner Mutter. zum ersten Mal in meinem Leben war ich verliebt und wollte nicht, dass er mich verlässt. Als sie an jenem Tag nach Hause kamen, war ich bestens vorbereitet und ging ihnen voraus. John kam ebenfalls mit seinen Eltern. Meine Mutter saß auch vorne, doch alle waren schweigsam. Ich war in meinen Gedanken verloren. Als ich dort war, fingen alle an, mich anzusehen. Aber dann ignorierte er mich und vertiefte sich in sein Gespräch. Auch John ignorierte mich, als ob ich nicht da wäre. Sein Verhalten war für mich schwer zu ertragen. Meine Mutter ist sehr verärgert. Es schien, als wären Johns Eltern aufgestanden und hätten angefangen zu sagen. Wir werden spät dran, wir müssen hierher, jetzt machte ich mir Sorgen. Ich hatte um etwas Tee für die Arbeit gebeten und wie konnten sie von hier weggehen, ohne Tee zu trinken? Dann sagte ich zu John, John, du wolltest eine Weile bleiben, warum gehst du so schnell? Er sah mich an, als ich sagte, aber die Art, wie er mich ansah, war nicht die gleiche, wie er mich immer angesehen hatte, seine Augen hatten nicht die Farbe, die sie immer hatten. Er ging weg, und mein Herz fühlte sich leer an. Dann drehte ich mich zu Mutter um und begann, sie zu fragen. Mama, worüber hast du mit ihm gesprochen? Warum gingen diese Leute diesen Weg? Warum warst du so wütend? Ich dachte, Mutter hätte etwas gesagt, das sie so aufgebracht hat, aber Mutter sagte nichts. Sie saß einfach schweigend da. Sie sagte mir, ich habe ihr nichts gesagt und von nun an wirst du auch nicht mehr mit diesem Jungen reden, wenn du das tust, werde ich es dir nie verzeihen. Als sie das sagte, ging sie in ihr Zimmer, während ich dort saß und anfing zu weinen ist mir passiert? Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich einen Jungen geliebt, und dieser Junge entfernte sich ohne Angabe von Gründen von mir. Ich wählte ständig seine Nummer, aber er nahm meinen Anruf nicht entgegen. John begann ständig, meine Anrufe zu unterbrechen. Es fühlte sich an, als wollte jemand mit mir Streit anfangen und mit meinen Gefühlen spielen. Ich konnte nicht anders, als mich dadurch verletzt zu fühlen. Ich hatte wirklich große Schmerzen und weinte oft und viel. Warum hat John das getan? Zuerst hat er seine Liebe in mein Herz gelegt und jetzt ignorierte er mich einfach. Warum bloß? Was hat Mutter gemacht? Wann immer ich sie fragte, vermied sie es. Andererseits redete John auch nicht mit mir, mein Zustand war verrückt geworden, Mama war auch viele Tage lang nicht aus ihrem Zimmer gekommen, sie hielt die Zimmertür immer geschlossen, auch wenn ich ging, sie wollte die Zimmertür nicht öffnen. Andererseits nahm John meine Anrufe auch nicht entgegen. An diesem Tag verschlechterte sich mein Gesundheitszustand und ich kam ins Krankenhaus, dann dachte meine Mutter an mich und begann sich wieder um mich zu kümmern. Ich weinte ununterbrochen wegen John und sehnte mich so sehr nach ihm. Er beobachtete das alles schweigend. Dann nahm John eines Tages meinen Anruf entgegen. Als ich seine Stimme hörte, hatte ich das Gefühl, als hätte mir jemand das Glück des Lebens geschenkt, aber sein Ton hatte seinen Stil verändert. Ich sagte weinend zu John, warum tust du mir das an, du wolltest mich heiraten, du hast so lange darauf gewartet, mit mir zu reden. Jetzt, wo ich mich unsterblich in dich verliebt habe und unbedingt mit dir sprechen möchte, ignorierst du mich einfach. Warum machst du das? Nachdem er mir zugehört hatte, sagte John ziemlich wütend, ich will nicht mit dir reden, und warum will ich das nicht, frag das mal deine Mutter. Ich dachte, Mutter hätte ihnen etwas gesagt, aber was könnte sie gesagt haben, dass sie so wütend auf mich wurden? Hatte aufgehört, mit mir zu reden. Dann begann ich schmerzerfüllt zu John zu sagen, hör zu, hast du dich bei Mama beschwert? Ich werde mit ihr reden und sie überzeugen, aber ich habe dir nichts getan. Warum bist du wütend auf mich, nachdem du mir zugehört hast, sagte ich streng. Ich sagte, jetzt möchte ich keine Beziehung zu dir, meine Eltern mögen dich nicht. Wie leichtfertig sie das sagte, obwohl ihre Eltern mich weder richtig gesehen noch gesprochen hatten. Ich weinte vor Schmerz und sagte zu John, wie kann ich dich vergessen, wenn du das alles tun musstest, warum folgtest du mir? Er schwieg eine Weile und sagte dann, bitte frage deine Mutter nach der Antwort auf diese Frage, nicht mich. Was auch immer geschehen ist, verdankst du deiner Mutter und wenn sie es nicht erzählt, dann mache eines, trinke nicht das Glas Milch, das sie dir jeden Tag gibt. Dann wirst du die Wahrheit erfahren. Nachdem John dies gesagt hatte, schaltete er das Telefon aus und ich starrte noch lange mit dem Telefon in der Hand darauf, während Tränen aus meinen Augen flossen. Mama kam zu mir und fragte, warum ich weine und ich sah sie einfach nur an. Johns letzte Worte gingen mir immer wieder durch den Kopf, was war in diesem Glas Milch und was war die Wahrheit, die er mir offenbart hatte, als ich keine Milch trank, ich konnte nichts verstehen, dann trank ich am nächsten Tag Milch. Habe es nicht getrunken, sondern in einer Flasche im Zimmer aufbewahrt. Ich wollte nachsehen, was drin war. Warum hat John mir das alles erzählt? Gleich am nächsten Tag brachte ich die Milchflasche ins Krankenhaus. Als er es untersuchen ließ, sagte der Arzt, dass es Schlaftabletten enthielt. Bei den Worten des Arztes klappte mir der Mund auf. Warum war Schlafmittel in der Milch? Hat mir meine Mutter jeden Tag Schlaftabletten gegeben? Als ich morgens aufwachte, war mein Körper deshalb am Versagen, mein Gesundheitszustand verschlechterte sich, aber warum tat Mutter das? Was war der Zweck davon? Der Arzt sagte, dass der übermäßige Gebrauch dieser Medikamente einen Menschen verrückt machen und auch gesundheitliche Probleme verursachen kann. Warum zwang mich Mama dann, solch gefährliche Medikamente zu nehmen? Die Antwort darauf kann mir nur Mama geben. Ich wusste, dass sie niemals klar reden würde. Ich musste selbst die Antwort darauf finden, ich wurde verrückt und fragte mich, warum John mir das erzählt hatte. Es gab etwas Wahres, das er wusste, aber ich wusste es nicht. Ich hatte beschlossen, dass ich dieses Geheimnis heute erfahren würde. Als Mutter mir heute wieder ein Glas Milch brachte, sah ich sie lächeln. Dann habe ich ihr gesagt, Mutter, ich werde diese Milch trinken. Du gehst jetzt raus. Ich fühle mich schläfrig, ich möchte schlafen. Als Mutter das von mir hörte, lächelte sie auch und fing an zu sagen, auf jeden Fall trinken. Es ist gut für ihre Gesundheit. Du weißt, wie sehr ich mich um dich sorge. Ich lächelte über seine Worte, aber in meinem Herzen fragte ich mich, warum Mutter mich jeden Tag dieses Schlafmittel trinken lässt. Was ist das für eine Logik? Nachdem er gegangen war, warf ich die Milch in die Küche und ging dann in mein Zimmer und legte mich hin. Ich blieb die ganze Nacht wach. Ich dachte immer wieder darüber nach, was John mir über meine Mutter erzählen wollte. Und warum hat Mutter das so viele Jahre lang gemacht? War ihnen meine Gesundheit egal, dass ich so krank werden könnte? Der Arzt hatte mir strikt gesagt, ich solle dieses Medikament ab heute nicht mehr einnehmen, dann begann ich seltsame Geräusche von draußen zu hören, die Geräusche von sprechenden Menschen, als ob viele Menschen gleichzeitig im Haus wären. Was bedeutete die Anwesenheit von Menschen? In unserem Haus um Mitternacht? Ich öffnete die Tür ein wenig und schaute nach draußen. Da waren viele Männer und sie gingen alle in einem großen Raum. Ich schloss die Tür und lehnte mich an. Was passierte bei uns? Warum waren diese Leute dort und wo war Mutter? Als die Geräusche von draußen endlich aufhörten, verließ ich langsam mein Zimmer und machte mich auf den Weg in die Nähe des Zimmers, in das sie gegangen waren. Als ich durch das Loch in der Tür blickte, sah ich den Boden unter meinen Füßen. Dort waren viele Männer versammelt, die aufgrund ihrer Kleidung aussahen, als gehörten sie zu einer sehr reichen Familie. Mutter tanzte vor ihnen. Sie trug solche Kleidung, dass ich, als ich das sah, vor Schamtränen in den Augen hatte. Ich öffnete langsam die Tür und betrat den Raum, wobei alle Anwesenden mich sofort ansahen. Die Augen dieser Männer zeigten ein deutliches Interesse an mir, während auf Mamas Gesicht eine klare Angst zu erkennen war. Mama schaute mich ungläubig an und sagte, Du schläfst doch nicht, du bist wach. Nachdem ich Mutter zugehört hatte, fragte ich sie, Was bedeutet das alles? Ich zeigte auf ihr lächerliches Kleid, das sie trug, und auf diese Männer, die mich jetzt mit hungrigen Augen ansahen. Mutter rannte zu mir und sagte, Geh weg von hier, diese Leute sind nicht gut. Ich möchte nicht, dass du vor jemandem stehst, der dich mit bösen Augen ansieht. Mit Nachdruck warf Mutter mich aus dem Raum, und ich weinte, während ich mich fragte, warum diese Leute nicht gut waren und welche Art von Beziehung Mutter dann zu ihnen hatte. Wie konnte sie das alles vor ihren Augen tun, und was trieb sie dazu? Ich ging in mein Zimmer und weinte bitterlich. Diese Szene war immer wieder in meinem Kopf, unvergesslich, selbst wenn ich es wollte. Mama mied mich, unfähig, mich anzusehen oder mit mir zu sprechen. Jetzt verstand ich Jones Sichtweise. Warum hat er mir gesagt, dass das alles wegen Mutter passiert ist? Wusste er denn wirklich alles über Mutter? Ein Gefühl der Scham durchströmte mein gesamtes Wesen. Hatte er etwa auch Mutter in diesem Zustand gesehen? Schon der Gedanke daran machte mich sehr nervös. Warum hat Mutter das bloß getan, es machte mich wirklich nervös. Ich habe mir diese Frage immer wieder gestellt, aber vielleicht konnte niemand außer Mama sie beantworten. Ich würde versuchen, mit Mama zu reden, aber sie ging in ihr Zimmer und schloss die Tür. Sagte sie und scheute sich, mich anzusehen. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich dir so in die Augen fallen würde, ich kann dir nicht ins Gesicht sehen. Nachdem ich Mutter zugehört hatte, sagte ich ihr immer, dass ich alles vergessen werde, was ich gesehen habe. Erzähl mir doch einmal, warum hast du das alles gemacht? Was war dein Antrieb? Ich habe Mama immer wieder gefragt, aber sie schwieg. Eines Tages, als Mama die Tür nicht öffnete, machte ich mir große Sorgen. Der halbe Tag war schon vorbei, auch das Dienstmädchen hatte seine Arbeit, die als er dann wegging, klingelte er an der Tür von Mutters Zimmer und sagte, was ist los, meine Dame? Warum öffnest du die Tür nicht? Geht es dir gesundheitlich gut? Dann machte sie noch lange Geräusche und rief, doch weder Mama nahm den Anruf entgegen noch öffnete sie die Tür. Ich wurde auch besorgt, als ich die Stimme meines Dienstmädchens hörte. Dann rief ich den Wachmann und sagte, brechen Sie die Tür auf. Als wir die Tür aufbrachen und das Zimmer betraten, schrie ich entsetzt, weil Mama tot auf dem Bett lag. Sie hatte Selbstmord begangen und ein Brief lag bei ihr. Ich habe diesen Brief in der Schublade aufbewahrt, weil ich in diesem Moment daran dachte, Mama retten zu müssen. Ich brachte sie ins Krankenhaus, aber die Ärzte sagten, sie habe diese Welt schon vor langer Zeit verlassen. Ich kam weinend nach Hause. Jeder fragte mich, was mit ihr passiert sei, aber wie sollte ich jemandem antworten, warum hat Mutter Selbstmord begangen? Nachdem ich von der Einäscherung seines Leichnams zurückgekehrt war, ging ich in sein Zimmer und begann bitterlich zu weinen. Ich fühlte mich völlig allein auf dieser Welt. Ich hatte niemanden mehr an meiner Seite. Dann erinnerte ich mich an den Brief, den Mutter hinterlassen hatte. Ich öffnete den Brief und begann zu lesen. Mama hat mich in diesem Brief angesprochen. Er hatte geschrieben, Meine liebe Tochter Sonita, ich gehöre zu einer berüchtigten Gegend. Meine Mutter und meine Schwestern wurden mit einem falschen Beruf in dieser Gegend in Verbindung gebracht, aber mir gefiel das alles nicht. Wir wurden in der Gesellschaft nicht mit guten Augen betrachtet, deshalb habe ich mich von diesen Dingen ferngehalten und mich auf mein Studium konzentriert. Aber das alles geschah vor meinen Augen. Als ich sah, wie meine Mutter und Schwestern täglich falsche Dinge taten, wirkte alles normal auf mich. Und auch ich begann, in den Sumpf dieser Sünde zu geraten. Früher haben wir so unseren Lebensunterhalt verdient. Dann traf ich eines Tages deinen Vater. Die Beziehung zwischen uns wurde sehr tief. Doch er begann, mich wirklich zu lieben. Dein Vater hat mir erzählt, dass er mich heiraten möchte und mich als seine Frau mit nach Hause nehmen wird, wenn ich alles zurücklasse. Als ich das Mutter sagte, lachte sie und meinte, dass Männer niemals zu Frauen gehören, besonders nicht zu Frauen wie uns. Doch ich glaubte Mutter nicht und heiratete deinen Vater und kam mit ihm. Dein Vater hat mich wirklich sehr glücklich gemacht. Aber meine Natur konnte sich nicht ändern, egal was geschah. Immer wenn ich seine Freunde sah, fokussierten sich meine Gedanken auf Fehlverhalten. Doch dann hielt ich mich zurück. Ich dachte, ich sollte meinem Mann treu bleiben. Dein Vater hatte mich weit weggebracht, und so verlor ich den Kontakt zu meiner Mutter und meinen Schwestern. Allmählich vergaß ich sie. Als dein Vater starb, war ich allein auf der Welt. Meine alte Natur begann wieder die Oberhand zu gewinnen. Doch ich hatte mir selbst gesagt, dass ich mich nur noch mit Tanzen und Singen beschäftigen würde, nicht mit Verbrechen. Ich wollte das alles nicht vor dir tun. Ich hatte deinem Vater versprochen, dass ich meine Tochter von jeglichem Fehlverhalten fernhalten würde. Deshalb habe ich dir immer Schlaftabletten gegeben, damit du das nicht sehen konntest. Aber ich weiß nicht, wie du davon erfahren hast. An dem Tag, als ich Johns Vater sah, hatte ich große Angst, weil er ein alter Liebhaber von mir war. Als ich hörte, dass er seinen Sohn mit ihnen verheiraten wollte, war ich sehr bestürzt. Vergib mir, mein Sohn, ich sehe keinen anderen Ausweg, als diese Welt zu verlassen. Ich weinte bitterlich, als ich den Brief lass. Mutter, warum hast du das getan? Du hättest dich für mich ändern können. Zu dieser Zeit schien es mir, als ob mein Leben keinen Sinn mehr hatte. Mein Alltag bestand nur noch darin, in der Boutique zu arbeiten, nach Hause zu kommen und zu schlafen. Diese Routine hatte sich so sehr eingeprägt, dass ich keinen Ausweg sah. Eines Tages rief John an. Er wollte sich mit mir treffen, aber ich wollte nicht mehr mit ihm sprechen. Doch er entschuldigte sich bei mir und sagte, dass er sich für das, was passiert war, schäme. Diese Entschuldigung ließ mich erkennen, dass ich ihn immer noch liebe. In meiner Einsamkeit hatte ich mich so sehr zurückgezogen, dass ich John die Möglichkeit gab, wieder Teil meines Lebens zu werden. Freunde, ich möchte eure Meinung hören, soll ich John heiraten, da sein Vater alles über meine Mutter weiß? Wird sein Vater zustimmen, dass ich seine Schwiegertochter werde? Freunde, sagt uns in den Kommentaren, wie euch das Video gefallen hat. Bitte liken und abonnieren. Schön! Vielen Dank.